Hallo und herzlich willkommen bei Sparen mit Kopf. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Yusuf. In diesem Video geht es um die Frage, kann man sich eigentlich reich sparen? Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir erst klären, was es bedeutet, reich zu sein. Per Definition bedeutet reich vermögend vielbesitzend. Doch um die Frage genauer zu beantworten, benötigen wir eine Zahl. Laut dem Institut der deutschen Wirtschaft gehört man mit einem Nettoeinkommen von 3.529 Euro als Single als reich. So viel verdienen nur 10% der deutschen Bevölkerung. Doch das beantwortet die Frage jetzt nicht genau. Die meisten werden sich reich zu sparen verstehen, wenn man ein gewisses Vermögen angesammelt hat. Und eine Million Euro bedeuten für viele als eine Art magische Grenze. Ja, Millionen besitzen oder Millionär sein, setzen viele mit reich sein in Verbindung. Bleiben wir bei der Million und nehmen mal eine einfache Rechnung. Um in 10 Jahren die Million zu erreichen, müsste man im Monat 8.334 Euro sparen. Für die meisten eher unrealistisch. Sagen wir bis zur Rente, also durchschnittlich 40 Jahre, so müsste man ca. 2.084 Euro im Monat sparen. Für einen durchschnittlichen Arbeitnehmer unrealistisch und die Frage, ob man sich nicht reich sparen kann, würde ich hier mit einem Nein beantworten. Also für den durchschnittlichen Arbeitnehmer ist es kaum möglich, die Millionen so zu erreichen bzw. anzusparen. Die Frage und die Antwort möchte ich aber jetzt so nicht stehen lassen. Und es gibt einige Beispiele von Arbeitnehmern, die trotzdem die Million geschafft haben. Schaut man sich das Vorgehen näher an, kommt noch ein weiterer Punkt hinzu. Investitionen Der S&P 500 ist ein Aktienindex, der die Aktien von 500 größten börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen umfasst. Die Entstehung geht bis in das Jahr 1923 zurück. Historisch gesehen hat man mit dem S&P 500 jährlich 10-11% laut Aufzeichnungen erhalten. Inflationsbereitigend sind es 7%. Gehen wir von einer Rendite von 7% aus, so muss man um die Millionen in 40 Jahren zu erreichen monatlich 402 Euro investieren. Diese Rechnung klingt schon eher machbar. Spart man um zu investieren, so kann man sich also reich sparen. Aber auch mit dieser Antwort gehen wir uns jetzt nicht zufrieden. 40 Jahre ist eine lange Zeit. Schauen wir uns das Beispiel für 10 Jahre an, so kommen wir auf eine monatliche Summe in Höhe von über 5800 Euro. Wie schafft man es also, sich schneller reich zu sparen? Schaut man sich die Forbes-Liste mit den reichsten Menschen der Welt an, so wird einem schnell eines klar. Vieles dieser Persönlichkeiten haben nicht reich geerbt, sondern sind self-made Milliardäre. Ja, es sind Menschen, die Unternehmen gegründet haben. Aus dieser Erkenntnis können wir nun ein Fazit ziehen. Als Arbeitnehmer sich reich zu sparen, dauert lange und man muss das ersparte Gut investieren. Denn das Geld auf dem Sparbuch liegen zu lassen, macht es unmöglich, sich reich zu sparen. Um sich schneller reich sparen zu können, muss man entweder erben oder unternehmerisch tätig sein, wo man nicht auf einen Stundenlohn angewiesen ist. Und das war es dann auch schon zum Video. Ich bedanke mich hier herzlich und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, dein Jusuf. Ciao.